du habe ich die kohle das spieler ist halt nur am futtern sorry habe ich gesagt, fängst du einmal an mit dem zeug alexa zu dir habe ich nichts gesagt alexa lautstärke 8 alexa erzählen witz wie zieht sich ein eskino an so schnell wie möglich haben wir alle gelacht ha 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 alexa du bist eine pfeife warum paris ja manches mal ja 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 geil hab ich auch noch bekommen hab ich gar nicht gesehen cool aber fast alle super ja mhm wo renne ich schon hin ja 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 Gip 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 Und tschüss Gip 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 Und weiter geht's Gip Gip bloß weg mir der kat peitsche die Adolos kenne ich nicht ich bin viel zu viel durchgebrannt sieht man da schon Waffen kaum in der Wetter das ist nicht gut ja komm mir eine Explosion Oww das war jetzt so nicht gewollt passiert was sehen meine augen eine truhe und die andere packt da unten wieder rum wie so ein mongo was was feines für mich schocki kein platz für schocki lief verdammt was will ganz eigentlich die zauberwachen auch bis level 9 oder Man weiß es nicht Ich hab dezent Kopfwebe Ich hab zu viel Nickerchen gemacht, glaub ich schon Hm Wow Guck mir auch noch einen, komm Hm Lass mal du Komm schon Plasmaanzug Holy shit, was ist das denn? Brustschutz, den will ich nicht Ich will den Plasmaanzug haben Kann der was? Nicht anlegbar Für wen ist der? Oh, der ist ja nochmal besser Geil Als Hermit Hey, good snow Oh, der ist ja noch eine Schicksal Anlegbar ? Ja, da ist ja noch mal Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Schara. 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 schon schweinerei 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 eine Runde Speichel, bevor ich viel wieder warte, sich aufhängen zu müssen. Wer seht, das war? Ach, dann hab ich schon irgendwo Kopfhör-Tablett. Der dröhnt, du. Ah, jei, 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 jei. Schauen wir mal. Ah, sieht gut aus. Sieht gut aus. Ich hoffe, ich langweile euch nicht mit dem Gelevel. Aber ich werde jetzt nur heute Abend in dem Stream hier leveln. Den Rest mache ich offscreen. Du bist ja bläm-bläm, wenn du die ganze Zeit dasselbe siehst. Da sind mir nicht mit dem Sinn alles drin. Du bist ja bläst. Okay. Da sind mir noch behindig8. Da sind mir noch ganz. 先生, ich bin echtmart. Stirb Ah Wie ich es hasse, wenn die da immer festbacken und nicht vorwärtskommen, ey Und, haben wir was fallenes? Nein, haben wir nicht Nein, haben wir nicht Nein, haben wir nicht Danke 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 das gelerbe nervt nur sind wir denn 6 und vorher wird auch gar nichts gemacht ich bin so durchgerutscht poppapapp muss immer hier nehme mal die was waren das Body Slam Ja komm, ich geh mal ein bisschen weiter und hab ich ja das sei, dass ich schnell rauskomme Menschenwaffen auch weg Pluck Uiuiuiui, altwert schon nicht Ja 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 Mhm m und die und keine Ahnung und so dass wir aber zum Glück nichts machen kann sie stehen überhaupt was ab und um nicht mehr klash Das war's. Das war's. Das war's. lang ohne oder links Schaumann war m m der erste ohne lange erste ohne Sackgasse also den Endgegner knöpfen wir uns mal den erstmal vor wer ist denn da man weiß es nicht